der an die 7ZT überlegen oder seinen Beruf wechseln will, will gerne mehr mit Hardware und Softwareentwicklung machen. Ja, dann tu das. Es gibt nichts, was man halt dann, dann probiert man es halt mal aus und wenn es nichts ist, macht man halt dann wieder was anderes. Also, ich habe eine Idee, wo du anfangen kannst in der Berufswelt. Es kommt drauf an, was du vorher gemacht hast. Ja, also wenn du, wenn du kompletter Quereinsteiger bist, ist es schwierig. Wenn du schon programmiert hast, als Programmierer irgendwo und du willst einfach nur in die Embedded Softwareentwicklung gehen, dann wäre die Sache halt ganz easy. Du suchst dir halt eine Firma, die halt Embedded bracht und sagst halt, ja, ich kann hier PC machen, aber du würdest dich halt gern weiterentwickeln. ähm, eine andere Möglichkeit wäre, dass du guckst, dass du zu irgendwelchen, ähm, Engineering-Dienstleistern gehst, ITK, äh, dann haben wir noch alles, Haze und so, ähm, und da schaust, dass du, dass du da irgendwie eine Möglichkeit kriegst. Die sind immer auf der Suche nach irgendwelchen Ingenieuren, die sie halt an Firmen ausleihen können gegen viel Geld, ja, dass viele Geld kriegen dann die, nicht du, aber, ähm, ist zumindest ein Platz, wo man mal anfangen kann, ja. Je nachdem, Verschau wäre noch eine Idee, genau, ähm, und wenn du, je nachdem, zu welchem Arbeit Ausleiher du dann gehst, ähm, haben die auch Fortbildungsmaßnahmen, na, wo du dann halt extra auf Projekte gesetzt wirst, wo du was lernen kannst. Okay, du hast eine Ausbildung für Elektriere, für Energie und Gebäude abgeschlossen. Dann, ähm, erst mal weitermachen, genau. Ich würde, ich würde an deiner Stelle weitermachen und ich würde mir versuchen, selbst beizubringen, wie, äh, das mit der, ein bisschen, ein bisschen Embedded Elektronik, ein bisschen programmieren, mit Arduino und, und ein bisschen Raspberry Pi, dass man Linux so ein bisschen kennenlernt, ähm, und diese ganzen Sachen einfach mal, ähm, ja, sammeln in, 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 in einem, ähm, Portfolio, das klingt so bescheuert, ne, aber im Grunde genommen einfach, ähm, eine Sammlung machen, aus Projekten, die man schon mal gemacht hat, die man zu einem gewissen Ergebnis geführt hat, äh, so dass man dann halt auch, ähm, in einem, in einem Bewerbungsgespräch, wenn es darum geht, okay, wir sind auf der Suche, äh, nach jemandem, der das kann, zu zeigen, äh, ich kann das. Ich hab zwar vielleicht keine abgeschlossene, ähm, Informatikstudium oder Elektrotechnikstudium, aber ich bin in der Lage, das zu machen. Äh, und ich glaube, dann kommst, äh, äh, bei so Ferchau und sowas eigentlich ganz gut unter. Wär, wär jetzt so mein, mein Gefühl dafür. Äh, also die Leute, die wir von, von Ferchau bekommen, in der Firma, die sind entweder gerade frisch von der Hochschule und haben deshalb überhaupt keine Ahnung oder haben voll die Ahnung und ich hab keine Ahnung, was für einen Ausbildungsstand die haben. Ja, so ist das halt, ja. Ähm, und, also ich arbeite gerade mit einem zusammen, der über, äh, noch irgend so ein, so ein, äh, Dienstleister drin ist und, ähm, der hat zum Beispiel früher in der DDR Elektriker gelernt. Ja, und jetzt, äh, macht er mit, mit uns zusammen hier Linux Softwareentwicklung. Ja, und das ist gar nicht so schlecht. Also insofern kann man da, das ist, selber sich das beibringen, ähm, und dann aktiv auf so eine Vermittlungs Dienstleisterbudengedönse zugehen und sagen hier, ich kann das, ich würde gerne, weil sobald du dann irgendwann mal in den Firmen drin warst und du hast halt einen Nachweis, dass du das schon professionell gemacht hast. Dann, ähm, ja, von Elektriker zu IT und Programmierung ging erst mal über Abendschule. Ja, oder Abendschule, genau. Das ist einfach, dass du halt einfach irgendeine Art und Weise eine hochschulähnliche Abschluss vorweisen kannst. Das ist meistens die Eintrittskarte. Was du da lernst, ist völlig irrelevant für den Job an sich. Ja, das ist, äh, ist halt so. Der eine hat vor, die Berufsaal zu wechseln, der andere plant den Wechsel des Landen Laden wahrscheinlich. Äh, ich bin nicht alleine mit den Änderungen im Leben, für die man komisch angeschafft wird. Nö, warum? Ja, also ich mein, ähm, Landes, ah, okay, Wechsel des Landes. Okay, auch in Ordnung, ne? Also, pff, das, das Schöne ist ja, wir sind in einer, in einer Gesellschaft, wo das eben auch einfach geht. Es ist nicht mehr so wie früher, dass du halt den Job von deinem Vater weitergemacht hast, weil der war schon Schmied. Und dann warst du es jetzt auch fertig, ja? Ähm, und, und da hat auch, und, und niemand hinterfragt, ob das sinnvoll ist oder nicht oder ob du überhaupt Bock drauf hast. Ähm, oder ob du vielleicht viel besser aufgehoben wärst als Maler. Im Sinne von, nicht Maler und Lackierer, also andere Handwerker, sondern als Günstler. Äh, aber das ist ja das Schöne heutzutage, ähm, man, man kann im Grunde genommen dank dem Internet mit jedem Scheiß Geld verdienen. Und das ist völlig legitim, wenn du damit deinen Lebensunterhalt bestreitest. Was auch immer das ist, Hauptsache, es macht dich glücklich. Weil, arbeiten tust du den Großteil des Tages. Wenn dir das keinen Spaß macht, dann ist das nicht gut. Ja? Wenn du, wenn du einfach nur zum Geldverdienen arbeiten gehst. Gut, ab einer gewissen Menge kann man das auch eine Weile über sich ergehen lassen, ne? Dass es keinen Spaß macht. Aber, meistens ist es ja so, dass die, ähm, Leute, die halt auch überhaupt gar keinen Bock auf ihren Beruf mehr haben, jetzt auch nicht so unglaublich viel Geld darin verdienen. Meistens. Ja? Herr Brutzler würde Felder beackern. Mhm. Ja, 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 ja. Du kleiner Bauer, du. Ja, Ja.